Grüß Gott, mein Name ist Florian Moser und ich bin der Bildungsberater an den Bezauer Wirtschaftsschulen und ich stelle euch heute die Handelsakademie vor. Die Handelsakademie deckt vier Bereiche ab. Die kaufmännische Praxis, die Berufsausbildung und die Qualifikation an sich, dann alles Aktive und Soziale, was unsere Schule anbietet und das Virtuelle und das Reale. Ja, ich bin selber Absolvent der Handelsakademie und mit einer Handelsakademie hat man verschiedene Abschlüsse. Zentral natürlich die Matura, die berechtigt an sämtlichen Universitäten und Fachhochschulen national und international zu studieren. Interessant denke ich auch die Unternehmerprüfung, dass man hier entsprechend selbst schon nach dem Abschluss ein Unternehmen gründen könnte. Die zahlreichen Lehrabschlüsse, ein Vollabstoß im Bürokaufmann, Bürokauffrau und viele Anrechnungen an andere Lehrberufe. Und ich erinnere, Bezau hatte seit über 20 Jahren Notebookklassen von der ersten bis zur fünften. Wir haben vom Anfang von jedem Schuljahr ein Body-System. Das heißt, man teilt dir einen Partner zu und erzeugt ihm als erstes die ganze Schule. Wenn du irgendwelche Fragen hast, die dir in der ganzen Schullaufbahn kannst du dir immer die Fragen stellen. Wir haben auch eine Nachhilfebörse, wo die Schüler und Schülerinnen sich gegenseitig unterstützen. Jedes Jahr haben wir eine coole Projektwoche. Da kann man zwischen so vielen Sachen auswählen. Zum Beispiel, man kann die Skifahrer gehen in Tolomiten, man kann keine Erste-Hilfe-Kursen machen oder man kann einfach verschiedene Sportdaten ausprobieren. Was auch echt interessant ist, dass wir die Sprache nicht nur im Unterricht machen, sondern einfach auch in die Städte und die Länder eingegangen. Zum Beispiel gehen wir nach Frankreich, Italien oder auch Irland. Und was auch noch ist nächstes Jahr, sind die Erlebnis-Täge in Schönebach. Unsere Ausbildung findet nicht nur im realen, sondern auch im virtuellen Bereich statt. Zu den Ausbildungsschwerpunkten zählen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie E-Business. Die digitalen Kompetenzen sind Foto- und Videobearbeitung sowie Filmproduktion. Microsoft stellt uns IT-Zertifikate zur Verfügung und jährlich besuchen wir den Robotik-Wettbewerb in Bregenz. In der HAC haben wir natürlich auch viel kaufmännische Praxis. Dazu gehören bei uns die Übungsfirma und die Entrepreneurship-Aktivitäten. Dies sind Fachexkursionen, Projekte und Wettbewerbe und die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen. HAC und Praxis bedeutet bei uns, dass jede Klasse eine eigene Partnerfirma hat, mit der verschiedene Projekte durchgeführt werden. Diplomarbeit und Praktikum in der Wirtschaft gehören auch dazu. Während der HAC-Laufbahn haben wir die Möglichkeit, einige Zusatzqualifikationen zu erlangen. In Finanz- und Risikomanagement, RZL und SAP. So, zum Abschluss noch ein paar Worte von mir. Ich bin der Samuel, bin auch hier zur Betze, die Schule gegangen und habe 2013 maturiert. Jetzt habe ich in den vergangenen paar Minuten ein paar Sachen erfahren über die Schule zur Betze. Wenn ihr mehr Infos wollt, ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Wir sind alle früh da. So, zum Abschluss noch ein paar Sachen, schreibt uns an, schreibt uns an, schreibt uns an, schreibt uns an, schreibt uns an.